Oh, das hier soll jetzt erstmal ein Let's Play Part von, also ein Let's Play das Gold. Ich mache einfach eine ganz neue Welt, damit eine rein zufriedige Welt entsteht. Und dann nenne ich die jetzt Let's Play Gold. Überleben. Angepasst. Weiter. Und das Golderz. Also Lobutz123 hat gesagt, ich soll maximal Gold machen. Das heißt so. So kann ich das lassen. Hier das Gold ist maximal eingestellt. Wie man hier sieht, ist es eingespeichert. Und generiere eine Welt. Also das ist eine ganz neue Welt. Das war beim Beispiel nur diese Beispielwelten. Die würde ich vielleicht selber privat spielen. Aber ich erstelle hier für jedes Let's Play dann eine neue Welt. Eine komplett zufällig generierte Welt. Die wird jetzt erstellt. Das ist wie im Überlebensmodus ohne Cheat. Und zwar direkt mal in einen Wald. Lass mal kurz hier die Welt aufbauen. Das dauert ein bisschen länger. Wenn Aufnahmehintergrund noch mit läuft. Das erste, wie gesagt, wie immer, ist bei Meistach Let's Play. Egal wie, muss ich jetzt Holz abschlagen. Auch wenn man maximal in Gold ist. Man muss ja erst Eisenspitzhacken haben, um Gold abbauen zu können. Dazu muss ich also auch erst Eisenspitzhacken finden. Und muss mich jetzt mal um die ganzen Goldforkommen rumgraben. Wenn ich mich in die Erde hineingrabe. Oh, da ist schon Gold. Da ist noch mehr Gold. Da ist Kohle. Oh, da ist noch mehr Gold. Hier ist ein richtiges Goldparadies. Ich schlage erst mal hier zwei Bäume ab. Dann habe ich erst mal ein bisschen bisschen Holz. Und würde mir dann Holzspitzhacken, ein bisschen Stein abgraben. Und dann direkt eine Steinaxt, um dann ein Haus zu bauen. Und dann würde ich in den Untergrund graben. Und hier, mit den allen Folgen ist es so, dass man jetzt, habe ich herausgefunden, jede Welt wird das immer einzeln abgespeilt. Und jetzt ist es so, dass ich jetzt mal eine Spitzhacke stehe. Ich kriege gleich Glück auf. Ich kann nämlich hier die Kohle abbauen. Oh, da ist ja alles voll Gold. Das ist einfach nur ganz neu. Und dann, glaube ich mal, das ist der Lobo123, der, wie das gesagt hat, ein Part, oder ein Video, was ich gemacht habe. Und da heißt das Video Minecraft-Let's Play Evil stimmt. Und da habe ich, ja, gefragt, welches Erd soll ich auf Maximal stellen. Und er hat gesagt, Gold soll ich auf Maximal stellen. Ich spiele privat ja schon auf eine Welt mit maximalen Diamanten. Jetzt könnte man vielleicht auch schon teilweise ein Jahres-Special sagen, weil jetzt, am 15. Dezember, das ist jetzt übermorgen, da bin ich ein Jahr auf YouTube, also habe das erste Video vor einem Jahr hochgeladen. Das hat immerhin etwas mehr als 200 Aufrufe, also nicht das Video mit dem meisten Aufrufen. Ich schlage noch ein bisschen den Stein ab. Oh, ich habe schon eine Erfahrungslevel. Hier ist alles voll mit Gold. Ich muss erst mal nach Eisen suchen. Aber erst mal kann ich schon mal eine Steinspittacke machen. Man kann es ja auch beziehen lassen. So eine Steinachse. Ich kann mal schneller abziehen. Na, obwohl Kraftenterausen nicht aufstehen lassen. Jetzt haltet sich noch ein paar mehr Bäume ab. Ich bin auf einer relativ größeren Survival-Island, sag ich mal so, landet. Aber es ist eigentlich ein ganz perfekter Start für ein Let's Play. Und vielleicht baue ich hier mal ein Haus aus Goldblöcken. Wenn man so nicht genug Gold hat, dann würde ich ein komplettes Haus aus Goldblöcken hier drauf bauen. Sollte man so etwa so ein 64er Stack haben, wenn ich hier alles abgeholt habe. Hier ist auch einiges an Holz. Das ist ein kleiner Wald. Das ist eine Insel. Wenn ihr gerne die Wert haben wollt, dann kann ich die als Kopie, also dass man da komplett neu beginnt, einen Download freigeben hier. Mit dieser Survival-Island oder mit maximalem Gold. Oder, das freu ich nicht unbedingt als Daumen, aber ich kann ja einfach sagen, sagt ja nur, du musst nur den jeweiligen Seed eingeben und dann das Gold auf maximal stellen. Dann hat man eine exakt gleiche Welt. So war eine Bierkarte. Weil ich auf meine... So, jetzt ist es so langsam... Also es ist Mittag, jetzt ist es so langsam, halt hier aus dem Holz hier Holzbrett herzumachen. Und damit ein Haus. Wohin am besten? So, ich baue es hier hin. So, ich habe noch mehr Holz. Jetzt mal hier alle Bäume abholzen und deren Setzlinge aufsammeln. So, ich baue es mal ein kleines Häuslein. Wohin denn die Tür? So, ich baue es mal hier hin. Den Crafting-Table muss ich dann entsprechend auch umsetzen. Hier hinein. So, ich baue es mal ein bisschen Decay, also Decayen heißt, Verschwinden. Wohin abfüllen. Das ist ja die Wahrscheinlichkeit ein 200er zu das gewoppen. Ich finde das Minecraft 1.8 Update. Ganz gut. Das heißt, wir machen das vielleicht sogar, dass Gold vorkommt auf Maximalstellen an, dass man über Steine komplett ausstellen kann. Über Steine noch ganz wenig spawns. Und dadurch einen relativ schweren Anfang hat. Hier verschwindet auch schon alles. Außer der Baum hier. Das ist der Stamm auch raus. Die Sonne geht langsam wieder unter. Das schwindet nicht so schnell hier. Da steht diese Birke noch. Ansonsten sind jetzt hier alle Bäume abgeholzt. Hier schiebe ich nochmal hoch. Nicht da unten ins Wasser, aber schiebe jetzt hoch. Da ist auch noch ein Baum. Soll ich die Erde hierher wie die Erde. Ich brauche mal schnell das Haus erden. Ich glaube, ich würde sonst das zweite Haus aus... komplett aus Goldblöcken bauen. Weil ich jetzt ja vorgeschlagen bekommen habe, dass ich maximal Gold vorkomme. Dann werde ich einfach beim Minen ständig auf Gold vorkommen. So stoßen und die dann komplett ausgraben. Eisenspitzhacken oder Diamantspitzhacken. Und jetzt gehe ich nochmal einen höher. Du bist ja auch noch... Oh, was hat ich da denn gemacht? Ein Minen nahrungsbeschaffender wird anfangs schwer sein. Deswegen werde ich jetzt erstmal nicht auf schwer spielen, sondern auch normalen. Na, wir hatten noch ein verletzt hier. Ein 5x5 Innenraum war ich hier. Jetzt erstmal noch ein paar Fackeln herstellen. Werkband hier rein. Zack, zack, zack. Und aus nochmal hier. Zack, zack. Zack und... Zack erstmal. Und das sind jede Menge der Zlinge. Also ich könnte hier eigentlich den ganzen Wald hier längst wieder... aufforsten. Und jetzt wird mein Leben noch gerade regenerieren. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir den Hunger zu weit runtergegangen. Und jetzt noch ein zweiter Apfel. So eine Notfallquelle für den Bienen. Boah, 40 schon. So viel Setzlinge. Aber das Gold... Das dauert noch ein bisschen bis zum Schluss. gewenden kann. Da sind noch nicht alle Bäume weg. Zwei Äpfel habe ich jetzt. Ein paar Samenholen, der kann ich mir nicht. Ich könnte sonst am nächsten Tag da auch hingehen. Nachts will ich da ja nicht hin. Weil nachts ist die Gefahr von Monstern einfach gegeben. Und es wird jetzt dunkel. Ich gehe jetzt noch ein bisschen mit der Holzspitz. Der Holzspitz-Hacker hat sich ja weiter und auch noch Kohle vorkommen. Ja, da ist noch ein weiteres Kohle vorkommen. Kann ich das nämlich noch ausgraben? Vielleicht gerade hier mit dem Stein weg. Und die Holzspitz-Hacker auch mal kaputt geht. So ist sie jetzt bald kaputt. Die hält ja nur... Jetzt ist sie sowieso schon kaputt. Und jetzt kommt eh die Steinspitz-Hacker dran. Das Gold kann ich noch nicht abbauen, weil das einfach nicht zerbröseln würde. Oder dass da was rauskommt. Dafür braucht man ja mindestens eine Eisenspitz-Hacker. Um sie jetzt ganz so Gold hier abzutragen. Das ist also richtig eine Goldmine. Pro Kohle-Erzglock könnte ich vier Tackeln herstellen. Also mit... Also ein Holz... Also ein Holzglock und zwei Kohle-Erzglocke bedeutet acht Tackeln. Dann braucht man jetzt zwei Kohle. Das könnte ich so noch nicht abbauen, aber... Aber das Steinspitz-Hacker dauert das nicht so lange, wie wenn man das wieder Hand abschlagen will. Jetzt ist hier noch ein bisschen Stein hier. Jetzt ist Nacht geworden. Das war eigentlich auch kein Schwert hier. Ich bin noch nicht bewachtet hier. Wer solltet mich nicht sehen? Das Dach ist hier schon mal zu. Dann solltet ich mir am besten nochmal ein Schwert herstellen. Und das Schwert hier... Das ist die Spinne da. Da ist das doch Monsterjäger. Der Erfolg erzielt. Dann würde ich erstmal meine Insel ausleuchten wollen. Mal mit einem Stack fackeln. Dafür braucht man 16 Stück Stock und 16 Kohle. Wenn ich jetzt mal einen Stack fackeln... ...um meine Insel erstmal auszuleuchten... Und das würde nicht reichen hier... ...um meine Insel komplett auszuleuchten. Dafür bräuchte ich bestimmt noch ein paar weitere Fackeln. ...die ich nicht mehr spawnen kann auf der Insel nachts. Da hat er eben schon ein Skelett gesehen. Da habe ich auch noch ein Zombie. So, und das ist ein Skelett und ein Zombie. Ich brauche mir das Skelett auch noch an. Jetzt muss ich einfach mal auf den Tag warten hier. Dass ich auch dieses Stück ausleuchten kann. Wir könnten auch noch Monster spawnen. Da unten natürlich auch. Auch eine merkwürdige Aktion. Wenn man das direkt zu Beginn macht... ...die man bewohnt... ...die dann komplett auszuleuchten... ...macht auch nicht jeder jetzt. ...um hier Monsterspawn zu verhindern. Ich befürchte, die Fackeln reichen nicht. Das stimmt immer noch zu dem Skelett. Ich kann die natürlich dann später entfernen. Die Fackeln. Ich glaube, ich lasse die aber einfach. Ich mache noch mal ein paar mehr. Kohle habe ich so erstmal genug. Für den Beginn reicht diese Kohle. Also die Kohle hier um die Fackeln hier ins Letzten. Hier habe ich einen schönen Strand. Also hier oben ist die Beach. Das ist ein Ozean. Hier ist die erstmal relativ gut aufgeläufelt, die Insel. Hier wird das dunkel. Hier kann man die auch... Hier kann man die auch nacht... ...die nacht zu sehen. Wie war das Skelett? slowly and none. muss ich überlassen. Nichts darüber lassen, wenn ich selbst mal die Insel ausgeleuchtet habe, damit ich die sonst nicht spawnen soll. Mein Haus bohrt auch nichts. Aber ich muss warten, bis es wieder Tag ist, weil dann... Und ein paar Fenster will ich gerne auch haben, also... Dann erstmal eine Steinschaufel machen. Soll ich die Sitzlinge? Dann hab ich keine. Dann muss ich vielleicht da hinten hingehen. Ja, nicht da hin, sondern... Ach da, doch hin. So, ich geh erstmal an ihre Seite, weil da kein Monster ist. Ich würde mich ja ständig zum Skelett angreifen. So, ich geh eine Fackel auch noch. Ich brabe jetzt mal hier den Sand ab. So, dass es relativ gut aussieht. So, ich geh jetzt mal Fackeln. Die ist doch eigentlich gut abgedraben. So, wir müssen sanft. Dann brauch ich noch einen Ofen. Dass ich später auch so das Eisen benötigen werde. Ein Ofen, der geht ja so. So. Da hab ich jetzt einen Ofen, den ich hier hinpacke und... Und den... Jetzt hab ich jetzt mal ein bisschen Kohle reingepaart. Nah, das ist nicht alles. So, ein bisschen mitnehmen. Und eine Tür fehlt mir auch noch. Die könnte vielleicht sogar aus Birkenholz. Einfach einmal in eine Birkenholz-Tür hier hin. Birkenholz-Türen. So sieht dann eine Birkenholz-Tür aus. Was kann ich denn machen jetzt hier? Also hier den... Den Apfel kann ich essen. Ah, ich gucke gerade so eine Störung, aber... Jetzt ist die Störung wieder weg. So, was... Das Skelett ist schon weg. Das ist auch Gold. Ein Zombie kann man aber so besiegen. Und schon ist der Zombie tot. Jetzt sollte ich am besten mal da hinten aufs Fetzland schwimmen. Oder ich baue mir mal so einen Weg rüber. Und zum Holz, wo ich dann vielleicht später mit Boosterschienen... Ich hab ja schließlich... Die maximalen Gold-Einstellungen. Dann kann ich ja mit Boosterschienen dahin gehen. Und später mal Boosterschienen dahin legen kann. Jetzt mal muss ich dann so... So drauflaufen. Und muss jetzt mal den... Weg drüber bauen. Dabei habe ich jetzt schon 20 Minuten Aufnahme. Ich hoffe mal, dass der Part euch gefallen hat. Gebt dafür einen Daumen nach oben. Teilen wäre auch nicht schlecht, wenn ich auch bekannter werde. Und abonnieren würde ich... Wie weiter solche Videos sehen. Bis dann und ciao.